Man sieht sozusagen die ganzen blauen Stühle. Insgesamt gibt es 709 Abgeordnete und die sitzen dann verteilt nach Fraktionen. Die Linke ist da hinten, da ist die SPD, die Grünen sind da, die CDU, CSU, also meine Fraktion ist hier unten und dann kommt die FDP und hier die AfD. Hier auf der linken Seite sitzt die Regierung und da gibt es einen Stuhl, der ist so ein bisschen höher. Der ist ganz rechts. Das ist der Stuhl von der Kanzlerin. Auf der anderen Seite, da haben die Ministerpräsidenten oder die Vertreter der Bundesländer die Möglichkeit, auch mal an einer Sitzung teilzunehmen, weil viele Dinge, die wir hier beschließen, müssen die Bundesländer durchführen. Das ist halt dieses komplizierte Gerüst, was wir in Deutschland haben und manchmal spricht auch ein Minister.